hallo der planesback taylor für euch ein mikrofon und willkommen zurück zu einer folge cherry 2 deathmatch da haben wir ein laplon erledigt den da auch er ins duell eingemischt und die da auch gemacht sehr gut dann haben wir schon mal drei kills mehr oder minder fair und sind dann selbst auch okay hätte ich vielleicht auch erst was werfen sollen also da hat er einfach die axt in seinen kopf stecken und es interessiert ihn original nicht ich hab dem ins gesicht getreten und er ist 30 kilometer weit geflogen what the fuck und daran auch noch gestorben zwischen zwei zu sein ist nie so geil sage ich euch wie es ist wenn man da rein halten will und hofft dass diese und die sich dann zu stäuben quasi und dann aber entschließend komm wir gehen auf den wir kreisen jetzt den ein dann ist es nie so geil genauso wie jetzt passiert das war aber dass dieser dieser schlag von oben der sprint crew dass der aber auch nie trifft ist halt schon bitter da kam einer dann von hinten aber okay wir haben da ganz gut rein gehalten alter habe ich auch verkackt aber das war auch richtig beschissener spawn zwischen den ganzen leuten ich wollte einfach meine sachen auf irgendjemand werfen so schlecht ich weiß dass du da bist okay ich reg mich nicht auf ganz ruhig waren gerade echt positiv jetzt sind wir bei 7 7 aber ich reg mich nicht auf das ist okay den haben wir gemacht immerhin direkt heilen man hat nicht allzu viel gelegenheit dafür im deathmatch es war mega eng immerhin und das war dumm aber okay okay momentan gerade platz 1 jetzt nicht mehr aber wir waren kurz platz 1 arsch gesichtigen kurz war schwer typen kotzen mich so an okay das ist sogar ein normales schwert wie kann man so schnell angreifen im leben das verstehe ich nicht ich sehe nichts das war witzig immerhin warum hat das eigentlich nicht warum hat das eigentlich nicht gekocht ich bin der leader 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 er hat nichts gebracht aber hey ich hatte kurz den verband kann es eigentlich sein dass dieses am boden rumgeliege im deathmatch nicht existiert so dieses ich lebe gerade noch so und kann noch fausten ich meine macht doch nicht so viel sinn stimmt aber okay da ist richtig party um einen rum so schön der eine typ hat als mein kill gezählt wie kommt man aus der nummer wieder raus indem man stirbt ja freu dich halt alter du weißt ganz genau dass ich nur verloren habe weil ich im gegensatz zu dir sachen probiert habe wie hat er mich gekillt der hat eine repost gemacht das habe ich gesehen aber die geht ein ja nicht die maids hier super mit denen darf man sich nicht anlegen weil die gehen dann ja alle auf einen okay also diese mate typen die kotzen an das grad war okay das ist wieder der der mich vorhin absolut unverständlicherweise gekillt hat ich raff es nicht ich mache meinen chat eigentlich immer rechtzeitig aber gegen morgenstern funktioniert das halt nicht weil morgenstern offensichtlich zu fast ist wenn ich sehe auch dass der den cycle immer weiter zu meinen ungünsten verschiebt quasi alter wie scheiße kann man eigentlich sein wie ich das war halt auch verdient gestorben kann man nicht anders sagen sei nicht böse den kill habe ich dringend gebraucht für mein selbstvertrauen aus der reichweite für mich aber in reichweite bei mir ist das Das war ungünstig, dass ich da nach hinten gegangen bin. Haha! Gut, hat funktioniert. Habe überlebt. Aber den da nicht. Den da leider nicht. Alter, wie ich da weggeflogen bin. Da hätte ich ihn haben können durch seinen Tritt. Aber leider hatte ich tatsächlich abgewehrt. Er hat nur nicht mit seinem Tritt getroffen. Diese kurze Abbehaltung hat meinen Angriff so weit verzögert, dass ich leider verkackt hatte. Drei mehr killen und der Liedler ist victorisch! Ich habe es nicht mal gesehen. Hat er mit der Exekutions-Axt jetzt beide gekillt? Ärgerlich. Es wird wohl nicht zum Siegen reichen für uns. Verwalt! 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 Verwalt!